Hier ist wieder Knobodon. Willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Zu einem neuen Part. Entachtet wohl, ich will dieses Let's Play nicht weiterfinden. Nein. Ich habe ja mal vor... vor langer Zeit gesagt, dass ich jedes Let's Play, welches ich nicht abgebro... Ja, welches ich pausiert habe oder ähnliches, natürlich fertig let's playen möchte. Und diese werde ich auch tun, weil es eigentlich schade wäre, Ocarina of Time einfach so abzubrechen. Grund dessen, dass es nicht mehr... Ja... Das zu diesem Spiel eben halt so lange kein Let's Play Part erschien ist. Genau, im letzten Part haben wir den dritten Boss des dritten Tempels im Kinderstadium. Im Kinderstadium klingt so komisch, aber es ist ja so. Als junger Link absolviert, geschafft. Und so wird uns das blaue Amulett, nämlich Nairus Amulett, verdient. Und mache uns nun auf zum Schloss Hyrule. Wir wollen vorbei, ich gerade... Waren wir schon bei dem... ... dem Zeitportal? Ja, das ist gar nicht mehr. Das ist schon so lange her, dass ich... ... fast gar nichts zu einem Spiel zu dem letzten Part im Kopf habe, als... ... ja, den letzten Bossfight im dritten Tempel. Warte mal gucken. Na, obwohl. Ich sehe auch schon, wir haben die Ocarina derzeit. Und... ... haben auch, glaube ich, schon den Waldtempel? Haben wir den Waldtempel schon mit dritten? Ich weiß gar nicht mehr. Naja, wir werden jetzt schnell zum Erwachsenen-Link rennen. Zur Zitadelle der Zeit. Und gehen dann zum Waldtempel, wobei mir gerade einfällt, dass wir noch ein paar Herzeite zu sammeln haben. Aber das kann ich auch nach dem Tempel tun. Erstmal wird die Hauptstory weitergeführt. So. Gut. Hm, hier ging es zum... ... zum Sieger der Zeit. Ich hatte natürlich nicht so viel Zeit, z.B. wir haben nicht so viel Lust, letzten Tage was aufzunehmen. Dementsprechend kam auch so lange kein Bart mehr. Aber jetzt werde ich schon dafür sorgen, dass es wieder flott vorangeht. Könnte wieder sein, dass es anders ablaufen kann oder abläuft, aber... Ja, ich werde mir übergeben, dass dies nicht noch mal vorkommt. Gut, dann... ... greifen wir uns das Maß gesperrt... ... und werden wir jetzt mal Wachsenen-Link. Natürlich hat Gunn doch... ... sich das Triforst der Macht geschnappt. Was dazu geführt hat, dass er Schloss Hyrule zerstören... ... äh, zerstören konnte wahrscheinlich. Dass er Schloss Hyrule einnehmen konnte, so wie auch, dass die Stadt Hyrule zerstören konnte. Und ja, die Einwohner sind nicht mehr dieselben. Sie wurden zu Zombies, z.B. Mumien, die, ja, ebenso wie Zombies sind. Sie wollen uns angreifen und, ja, unser Gehirn fressen. Was Link natürlich nicht zulässt, weil... ... ich kann jetzt einen schlechten Joke bringen. Hm, ich weiß, aber ich mach das nicht. Sexuelle Belästigung und so. Jo, gut. Ich glaube, wir haben sogar schon Nippon-Arm. Wobei, warte mal, bin ich dumm? Wir haben doch schon alle drei Tempel geschafft. Heißt, auch den Wassertempel mit dem Erwachsenen-Link bin ich eigentlich komplett lost? Habe ich wirklich das alles vergessen, was ich im letzten Part gemacht habe? Anscheinend ja. Wir müssen auch nicht nach Kakariko. Wir müssen... Obwohl doch, Tölling müssen wir nach Kakariko. Da befindet sich... Warte mal. Wir können uns jetzt entscheiden, ob wir nach Kakariko gehen oder zur Gerudo-Wüste. Aber ich würde, glaube ich, lieber nach Kakariko gehen, den Tempel betreten. Wobei, warte mal. Fällt gerade ein. Wenn wir den Tempel betreten wollen, müssen wir erstmal was mit dem jungen Link erfüllen. Oder dort was machen. Das heißt, wir müssen wieder zurück zur Citadel in der Zeit und uns wieder in den kleinen Link verwandeln. Und den Weg werde ich jetzt natürlich schneiden, weil der... Das muss nicht sein. Und wieder zurück in die Vergangenheit. Die Kraft des Master-Schwerts ist mit mir. Und ich bin mit dir. Sehr schön. Gut, dann sehen wir uns in Kakariko wieder. Bis gleich. Bunch. Abkommen. Achja, das Leben in der Hyrule-Stadt war schon mal besser bzw. meine ich deren Leben, das war schon mal besser, aber es wurde leider ausgelöscht. Oh, und der Dieb ist auch da. Was ich mit ihm auf sich hatte, werden wir auch sehen. Jedenfalls bis gleich in Kakariko. Ja. Lass mich in Ruhe. Und da wären wir auch schon in der Flüchtlingsstadt Kakariko. So ist doch so, die Leute, die in der Zukunft, in der Hyrule-Stadt lebten, mussten hierher fliehen. Aber gut. Was machen wir nun hier? Dieser Brunnen ist nicht umsonst relevant. Weil wir müssen jetzt schon... Warte mal, ist das was? Nee, okay. Müssen nämlich... Haben wir das eigentlich schon beigebracht bekommen? Warte mal. Stopp! Stopp! Stopp, ey, Junge. Haben wir das Lied schon? Ein brauchen wir ein bestimmtes Lied? Sagen wir das was? Was ist das? Tatsächlich nicht. Okay. Ähm. Dann kehre ich hier wahrscheinlich als Erwachsener hinweg zurück. Weil wir brauchen ein bestimmtes Lied, welches wir von... Ja, obwohl ich werde es ja sehen. Ich werde es ja gesehen. Ich werde schon mal nichts voraussagen, obwohl es sowieso schon jeder weiß, was da passieren wird, weil hoffentlich jeder dieses Spiel gespielt hat. Green of Time ist ein super gutes 3D-Sender und ein nicht zu unterschätzendes vor allem. Da es eine sehr coole Story beinhaltet. Wie auch echt coole Tempel, coole Boss-Files. Und ja. Eine sehr nervige Begleiterin. Beinhaltet, die wirklich nervig sein kann. Ja. Das ist jetzt echt cool, dass es Nacht ist. Und ich werde natürlich das Lied das Licht nicht mehr haben. Warte mal, das Licht ist es nicht. Die Hymne der Sonne. Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Kann das nicht, das ist die, nee. Als ob ich diese blöde... Hymne der Sonne... Ach komm, nee, das kann nicht sein. Na gut, wir sehen uns gleich wieder. Bin ich dumm. Hymne der Zeit, kann da das nichts. Oben, rechts, oben, rechts, nix, oben. Oben, rechts, oben, rechts, nix, oben. Ich habe aus Versehen den Spielstand neu geladen. In meinem Haus kann man sehen. Ich trudel. Und natürlich kann man sich mit dem Lied zum Zitter der Zeit boarden. Jo, genau. Das habe ich natürlich vergessen. Jemand, der mit diesem Spiel nicht aufgewachsen ist, der kann sich die Lieder nicht mehr so gut merken. Obwohl ich das Spiel auch das erste Mal auf dem 3DS gezockt habe. Aber das soll keine Ausrede sein. Was ist denn los? Oh nein! Kacarico wurde tatsächlich angegriffen. Das sieht nicht gut aus. Weil das in Wagandorf... Und das Schiek! Schiek, was ist hier los? Was ist passiert? Zurücklink. Was zum... Was ist mit dem Brunnen los? Was geht hier vor? Oh, was? Nein! Schiek! Was war das? War das ein Geist? Ein Schatten? Aber was ist das für ein Schatten? Ist übrigens ein Grafik-Bug. Findet ihr cool. Nein! War es das mit dem Abenteuer? Natürlich nicht. Aber was geht dir vor? Nimmt dein Fluch über diese Stadt? Sieht aus, als würdest du es überstehen. Link, etwas Schreckliches ist passiert. Der Schattendämon ist aus seinem Gefängnis entkommen. Impa, die Gründerin Kacaricos, hatte den Schattendämon einst auf den Grund des Brunnens verbannt und dort eingeschlossen. Doch die Kraft des Dämons wurde in letzter Zeit immer stärker, sodass das Siegel brach und er wieder in die Oberwelt entkommen konnte. Oh nein! Ich glaube, Impa ging zum Schattentempel, um ihn wieder zu versiegeln. Ohne Hilfe wird sie dort in großer Gefahr sein. Link, Impa ist einer der sechs Weisen, vernicht in den Schattendämon und rette Impa. Es gibt einen Zugang zum Schattentempel hinter dem Friedhof von Kacarico. Alles, was ich für dich tun kann, ist, dich die Melodie zu lehren, die dich zum Schattentempel bringt. Diese Melodie führt dich in die monatliche Dunkelheit, die sogar die Zeit absorbiert. Höre nun die Nocturne des Schattens. Das ist, soweit ich weiß, ein Lied, welches uns jederzeit, wenn wir dieses Spielen, zurück zum Friedhof bringt. Das heißt, wir haben keinen großen Weg mehr vor uns, um Kacarico zu erreichen, sondern können einfach dieses Lied spielen, um wieder hier zurückzufinden. Ist das nicht cool? Finde ich auch. Da muss ich nicht jedes Mal den Weg bis hierher schneiden. Macht es für mich etwas angenehmer. Das ist sehr schön. Und diese... Diese Socarina Lied ist tatsächlich auch eins meiner Lieblingslieder und Melodien aus dem Spiel. Ich werde mich um das Dorf kümmern. Ich zähle auf dich, Link. Aber... Warte doch! Nein, ich habe noch Fragen. Und schon war sich verschwunden. Gut, ich würde sagen, wir... Ich konnte die Lieder mal so gut ausfinden, aber mittlerweile ist das nicht mehr der Fall. Oben, rechts, oben, rechts, links, oben. Okay. Oben, rechts, oben, links, rechts, oben. Oben, rechts, oben, rechts, links, oben. Gut. Perfekt. Ich werde jetzt wieder zur Zitadelle der Zeit zurück... Ja, mich zurückporten, weil wir als Kind in diesem Brunnen einmaschinen müssen. Das klingt so komisch, einmaschinen, aber es ist halt so. Weil als Erwachsener kommen wir derzeit nicht wirklich weiter in diesem Tempel. Und ich finde es tatsächlich auch cool, dass der nächste Eingang zum Tempel über einen Brunnen führt. Das ist echt cool. Auch mal was anderes. Im Gegensatz zu den anderen Säderspielen. Eine kleine Abwechslung. Aber vor allem muss es echt hart sein. Die sieben Jahre, die er in die Zukunft springt, versemmelt zu haben. Das ist nicht cool. Will ich auch nicht. Also würde ich tatsächlich selber auch nicht tun. Ne, das ist noch keiner. Aber für dieses Spiel, das ist... Ja. What the fuck? Ich muss aber auch sagen, noch dazu geben, dass meine Kopfhörer kaputt sind und ich dementsprechend nicht so gut den Sound höre, beziehungsweise gar keinen Sound höre. Das ist echt kacke. Links, rechts, rechts, A, links, rechts, unten. Links, rechts, rechts, A, links, rechts, unten. Das klingt wie eine blöde Ausrede, aber komischerweise sind meine GBL-Kopfhörer nach fünf Monaten kaputt gegangen. Erst war der linke Kopfhörer dran und dann musste der dritte... Äh, der dritte wahrscheinlich. Ich habe drei Kopfhörer. Ähm, nein, musste der rechte dran glauben. Das ist ziemlich kacke. Aber was soll man machen? Das ist leider so. Man kann man da auch nicht ändern. Ich muss irgendwann wieder neue Kopfhörer kaufen, was nicht so cool sein wird. Übrigens kann man hier, wenn man den Feuernferner besitzt, was ich natürlich habe, aber keine Magie, hier kann man, glaube ich, einen Geheimgang freischalten, den man da zu einem Raum führt, wo man, glaube ich, ein Item bekommen kann. Aber ohne Magie, wie gesagt, funktioniert das nicht. Das ist natürlich doof. Aber wir werden es später herausfinden. Aber nun werden wir uns als Kind in den Brunnen wagen und schauen, was da so abgeht. Ob der Geist vielleicht darauf uns wartet? Wer weiß. Wir werden den Geheimnis auf den Grund gehen. Auf den Grund, weil wir auf den Grund des Bruns gehen. Okay, Flachwitz ist totes. Perfekt. Bevor wir den Brunnen betreten, würde ich noch ein Lied holen. Wobei ich glaube, das geht, geht es? Keine Ahnung. Der Erwachsener kann sich dann ein Lied abholen, was wir hoffentlich schon haben. Das habe ich natürlich. Und hier muss man, glaube ich, die noch schon das... Oder ist das ein Lied abholen? Okay, das ist schon. Das ist nicht weg. Ich muss auch, glaube ich, den Lockdown des Schattens spielen. Kann das sein? Oder auch nicht? Warum nicht? Muss man hier noch ein anderes Lied spielen? Bin ich gerade komplett lost? Oder muss man... Muss man hier in diesem Sturm spielen? Warte mal. Ich hoffe es mal. Sonst muss ich nachgucken. Was ziemlich kacke wäre. Was ist auch nicht die... Was ist das breite Löse? What the... What the frick? Braucht man hier... Hä? Oder muss man dieses Tor da öffnen? Ich glaube, man muss es öffnen. Ja. Wie gesagt, habe ich leider keine Magie. Das... Ich hoffe, aus dem K... Junge, du sollst diese Kiste hier kaputt machen. Ja, ich werde mir ganz schnell Magie beschaffen. Damit ich dieses Kale nicht lüften kann, weil... Ohne ist es nämlich kacke. Bis gleich. Naja. Wir werden jetzt diesen Eingang hier öffnen mit den zwei Infernen. Wie schon gesagt, und... Und... Let it burn. Perfekt. Das Tor öffnet sich. Und wir können hinein. was da wohl hintererwartet... Das werden wir jetzt sehen. Es ist nämlich der Eingang des Schattentempels. Es ist tatsächlich nicht der Brunnen, den wir... als... junger Link betreten müssen. Ähm... Hä? Was zum Henker? Muss man hier nicht als junger Link hin? Hä? What the fuck? Okay, jetzt bin ich voll nicht lust. Jetzt bin ich tatsächlich komplett lust. Da muss ich wohl... wohl bei der Öbel in der Komplettlösung gucken. Wie peinlich ist das denn bitte? Okay, es ist... tatsächlich ganz einfach. Wir hätten wirklich zur Mülle gehen müssen. Was... ähm... ich natürlich nicht gecheckt habe. Natürlich... ich habe es im Hinterkopf gehabt. Aber ich wusste nicht, dass man das wirklich so ausführen muss. Wir müssen nämlich... ähm... in der Mühle die... Hymne... ja... doch die Hymne des Sturms spielen. Um das Wasser in dem Brunnen ablassen zu können. Und ablaufen lassen zu können. Um dann wiederum in den Brunnen zu gelangen. Ich habe es auch heute mit dem Kommentieren. Komischerweise. Jedenfalls spielen wir jetzt die Hymne des Sturms. Das war falsch. Und betreten den Brunnen. Genau. Das werde ich nämlich tun. Habe ich aber vergessen. Leider. Das ist eigentlich nicht schwer zu begreifen, wenn man das Spiel schon mal gespielt hat. Allerdings, wie gesagt, habe ich das Spiel dann lange nicht mehr gespielt. Das auch nicht zu verzeihen ist. Und wie ihr sehen könnt, läuft jetzt das Wasser ab. Und wir können den Brunnen betreten. Meine Rotatelle läuft jetzt schon 30 Minuten lang. Ich werde jetzt noch einfach den Brunnen betreten und dann noch ein paar Räume betreten und dann den Part beenden. Weil ansonsten glaube ich wird das jetzt noch mit der Aufnahme, wenn ich die weiterführe. Deswegen. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht zu spät benutzen, aber nicht geklappt. Schade. Naja. Gut, dann losen geht's. Wir wollen uns auf alte Gegner erwarten. Oh, Alter. das ist so. Junge, schreck mich nicht so. Okay. Okay, Sprungartage geht natürlich nicht, ist klar. Zack. Komm. Zack. Verpieselig. Du bist nächst zu melden, Kumpel. Und anscheinend hat sich schon mal jemand versucht, den Tempel hier zu betreten, aber ist doch angestorben. Wir allerdings werden das hoffentlich nicht tun. Das ist klar. So, hier gibt's zwei Kriechengänge. Ja, Durchgänge, wo ihr merkt, die wir noch nicht abwollen. Können wir hier rein. Okay. Wir werden uns noch neue Gegner erwarten, nämlich diese fliegenden, äh, Totenschädel, dessen ich vergessen hab. Und noch andere. wo ist das dein? Das sind die Hänge, oder? Ne. Okay. Da bin ich nicht komplett falsch. Wir brauchen einen kleinen Schnitzel, okay. Gut zu wissen. Generell fand ich den, äh, Schattentempel als Kind, also als ich das spüle, zum ersten Mal später auf dem 3DS. Ja, ich bin spät zu lassen. Bisschen kackeln. Aber was soll ich machen? So, ich bin später aufgewachsen. Und ja. das kann man leider nicht vermeiden. Aber auch ich muss sagen, dass das Spiel ziemlich gut ist, weil ich schon in diesem Parlament. Und ja, leider wird es nicht meine Nummer 1 sein. Das ist leider also der gebührt der Platz 1 gebührt Wind Waker, weil Lies mein Lieblings Zelda ist. Warum das so ist, das werde ich in dem Let's play zu Wind Waker zu Mann, zu The Legend of Zelda The Wind Waker erzählen, dass wir dann aber noch warten. Aber es wird noch kommen. Und ich bin ziemlich nervös. das ist nicht wiederholen. Deswegen das ist niemand. Das ist ein Gift Sumpf. In der reinfallen nehmen wir Schaden. Das ist natürlich nicht so gut. Alter. Ey. Ich bin gerade ziemlich schreckhaft. Das ist echt nicht cool. Das heißt, wenn jetzt jemand hier reinpreschen würde, dann ja, würde ich ein kleiner zu wach kriegen. Was natürlich hoffentlich nicht der Fall sein wird. Warte mal, von hier sind wir gekommen, Von dem von dem Link, bitte. Die Mumien würden mir hoffentlich nicht Angst lachen, okay. Lass mich vollschreien, weil ich mich frage, warum schreien die? Sind das die Seelen der Verstorbenen, die äh... Okay, kann man Zeitbürger scheinen lassen? Das ist mein jetzt lieber nicht. Ich bin der Typ. Warte mal, komm ich da hoch? Komm ich nicht. Da komm ich leider nicht hoch. Ich glaube, das müssen wir sie als Erwachsener Link machen, gehe ich mal davon aus. Und ich hoffe auch, dass die Okay, dann geht es wahrscheinlich weiter. Hier werden wir auch ein Das kann nicht sein. Hier werden wir auch ein Item erhalten, welches uns als Erwachsener Link weiter helfen wird, womit wir dann auch in dem Schatten Tempel weiter kommen. Welches aber noch kommt. Bis wir das erreichen müssen wir das mal mit diesem Tempel kämpfen. Und ja, ich muss zugeben, ich hatte früher auch Angst vor diesen Mummien. Tatsächlich. Die sehen zwar nicht so gruselig aus, aber in der 3 Erstfassung sehen schon ein bisschen gruseliger aus als in der 64 Fassung. Nur bleibt die Angst ein bisschen da. Ich bin ja auch tatsächlich so ein kleiner Angsthase beim Thema Horror. Also ich traue mich kaum bis wenig irgendwelche Horrorfilme in mir reinzuziehen. Was natürlich nicht wirklich nachvollziehbar weil die Filme sind dazu da, um Angst zu machen und in einen Adrenalinschub zu fangen. Natürlich macht es noch Spaß, sich zu erschrecken. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass ich hier den Ich muss jedes Lied nachgucken. Es ist so nervig. Es ist so nervig. In der Zeit Welt rechts unten rechts unten rechts unten rechts unten würde ich auch sagen wenn ich diesen Pater an dieser Stelle weil dieser schon etwas zu lang ist und natürlich erscheint hier kein Zeitenblock wobei Navi eigentlich immer wenn sie so was signalisiert oder grün leuchtet das signalisiert dass sich dort an dieser Stelle Einzeitenblock befindet dieser allerdings nicht der Fall ist aber natürlich weiß ich auch nicht wie man in diesem Tempel weiterkommt zurzeit gut dann würde ich auch sagen war es das mit diesem Part vorerst wir sehen uns zunächst wieder bis dahin ciao